Was ist ein Akademiker und er hat gelernt, er ist eine Lehre in Kolumbien, er hat gehofft, dass er mit der Zeit gekommen wird, er hat es nicht bekommen, es ist eine große Enttäuschung. Aber er hat Warte gelernt, er hat auch gelernt im jüdischen Lehrerseminar, dort hat er Joghurt-Kazukka, aber das ist auch weniger was sollt, im theologischen Seminar hat er gelernt, ein bisschen in der Yeshiva-Universität. Es ist mir bekannt wie ein Gitter-Jüdisch-Lehrer, der lernt eine Grammatik und lernt euch, wie ihr sollt, sie reden korrekt in der Redsprache. In jener Zeit, ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen aber in Jüdisch-Upteilen in Universitäten hat man nur gelehrt auf Jüdisch, aber wenn man spricht, dann spricht man auf Englisch. Wenn man in der Syrlschen-Upt-Gerät, in der Hebräischen-Universität hat man gesagt, man spricht Jüdisch, das ist eine deutsche Sprache. Es ist mir so viel Lateinisch. Man hat beschlossen, er wird nur in Jüdisch mit seinen Studenten, nicht nur in der Klasse, nur in dem Korridor, wie sie es auch nicht sehen. Und das ist auch jüdisch. Menschen sind speziell mit der Redsprache hingeladen, die kommen von Jüdisch-Renten-Geheimen, immigrantische Heime, von Scherz-Appleiten. Es ist auch ein bisschen geschehen zu werden, Jüdisch, öffentlich. Ich sage, ich rede in der Kirche, mit meiner Mama in Jüdisch. Und ich kann reden mit dir privat, aber zu gehen auf der Gasse und spazieren, reden auf Jüdisch. Ich meine, es ist nicht der Einzige. Weihnachten hat das auch getan, Max Weihnachten, Uriel Weihnachten. Aber man tat es nicht nur, einen Akademiker, er ist auch gewesen, ein Aktivist. Er ist sehr aktiv im jüdischen Leben, im organisationellen Leben. Er hat nicht gedacht, als jüdisch ist etwas, was es nur für die akademische Sphäre. Also man darf euch mutigen, die Jüngerle, zu reden jüdisch in der Heim, zu erziehen die Kinder auf jüdisch. Ich habe nicht gekannt Uriel Weihnachten, ich bin ein Kind, wenn er ist nicht geworden. Ich weiß auch nicht, sie hat euch gepredigt zu seinen Studenten, man darf reden jüdisch in der Heim, man darf aufholten die jüdische Sprache. Ich habe einen Akademiker. Und das ist ein Problem für die Menschen. Ich meine, es ist sehr, 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 sehr. In der Karriere. Weil mit ihm, echa am Möyre, es wird ihm nicht genannt, in ernst. Als man, du weißt, in der Akademische Welt hat man also eine Moment, als man hollt politik heraus, Aktivism heraus. Es ist, bei, für sich nicht anders. Weil Menschen sind ein Turmitz Subjektiv. Aber man hat also Ideal, dass man nicht daran bringen, kein Idealism, kein Ideologie in dem Klasse. Man hat tatsächlich geschämt, dass er jüdisch ist.